Hallo, ich will mich erst mal vorstellen, ich bin der Chris Weber, bin gebürtiger Deutscher, bin vor 14 Jahren hier in die Schweiz gezogen und habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet und meine Erfahrungen sammeln können, habe in der Zeit auch Selbstständigkeit war, beziehungsweise selbstständig mit zwei Geschäften, einmal hatte ich einen Handyladen, sowohl als auch eine Textildruckerei, die anfangs gut liefen und dann mit der Zeit irgendwann mal natürlich die großen Konzerne, das alles mit ihren neuartigen Sachen natürlich mit dazu gesteuert haben, dieses ganze Unterfangen immer schwieriger für mich zu gestalten, sodass ich irgendwann mal in die Situation kam, das Ganze aufzugeben. Natürlich war das nicht der einzigste Punkt, sondern ich wurde auch in dieser Zeit Papa, also meine Tochter war unterwegs und ich hatte mich ziemlich gefreut auf das Ganze und musste auch schauen, dass, weil halt gerade bei selbstständiger Arbeit nicht immer ein geregeltes Einkommen da war, musste ich halt schauen, dass ich ein geregeltes Einkommen habe, damit man auch standhaft in diese ganze Situation reingehen kann. Was ich eigentlich sagen will, ist, diese ganze Corona-Situation, die wir jetzt momentan haben, hat vieles bei uns verändert, ob es im Freundeskreis ist, ob es im privaten Leben ist oder auch im arbeitsmäßigen Sinne, ob es bei unseren Kindern ist, es hat sich auf jeden Fall vieles verändert. Keiner hat sich das von uns gewünscht und klar gibt es ein paar Leute, die an den ganzen Unsinn glauben, aber es gibt natürlich auch Leute, die daran nicht glauben. Und ich denke einfach, ich bin überzeugt davon, dass wir zusammenhalten sollten und jeder mit seiner Art und Weise oder mit seinem Wissensstand anderen Leuten helfen kann oder dazu beitragen kann, diese ganze Situation besser zu gestalten. Ich bin im Vorfeld sehr, sehr, sehr systemkritisch gewesen, aber das ist auch schon mein ganzes Leben. Auch als ich in Deutschland gelebt hatte, war ich sehr, sehr, sehr systemkritisch. Als ich dann in die Schweiz kam, war ich eigentlich erst nicht systemkritisch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, in die Schweiz kommen zu können. Damals mit meiner Arbeitsstelle genau hier wieder Anklang zu finden in der Schweiz. Habe dann wirklich viele schöne Dinge erlebt. Wie gesagt, bin zweifacher Papa nun mittlerweile und ich liebe meine Kinder über alles. Diese ganze Situation, die wir jetzt momentan haben, die nagt bei allen an den Nerven. Das ist nun mal so. Wir sind eingeschränkt in dem, was wir tun und in dem, was wir machen können. Aber dennoch sollten wir schauen, dass wir das nicht überhand nehmen lassen, sondern dass wir wirklich uns konzentrieren auf das, was wir können und das, was wir vielleicht wissen. Vielleicht können wir auch dieses Wissen weitergeben und anderen damit helfen. Ich bin im Mai 2020, soweit ich weiß, beziehungsweise schon viel früher, als dieser ganze Corona-Unsinn angefangen hatte, bin ich darauf aufmerksam geworden, durch eine damalige Kollegin. Mehrfach habe ich an einer Mahnwache teilgenommen, sowohl als auch eine eigene organisiert gehabt. Da ist mir zuerst aufgefallen, dass es vielen Menschen daran liegt, andere Leute, die anders denken, zu zensieren, egal auf welche Art und Weise. Ob es jetzt in Facebook stattgefunden hat, ob sogenannte Posts gelöscht worden sind, weil sie nicht in die Thematik passen oder weil sie laut Faktencheck durchgefallen sind oder nicht ins Raster gepasst haben, wurden diese Posts willkürlich gelöscht. Das ist eine Art von Zensur, die in der Schweiz oder auch weltweit verboten ist und sicher nicht zu dem gehört, was Freiheit eigentlich bedeutet. Nichtsdestotrotz habe ich den Kampf nie aufgegeben, weil ich wusste, aufgeben ist keine Option. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Die Problematik aber auch hier ist dabei, dass sich in dieser Zeit viele oder auch sagen wir mal mehrere Bewegungen organisiert hatten, sich zusammengeschlossen hatten, um dieses gleiche Ziel zu verfolgen, das wir ja eigentlich alle verfolgen. Und zwar diesen ganzen Unsinn und diesen ganzen Schwachsinn zu beenden. Aufgrund dessen wurden ziemlich viele Petitionen ins Leben gerufen, wo ich erstmal Danke sagen möchte an die Leute, die so stark an diesen Petitionen gearbeitet haben, dass dieses verwirklicht werden kann und dass die Infrastruktur steht, dass diese ganzen Unterschriften so zahlreich gesammelt worden konnten. Wir haben vielleicht in der ganzen Zeit auch einiges verpasst, denn im Hintergrund sind auch einige Sachen gelaufen, die vielleicht, ja, wo man uns halt vielleicht hat Welle ablenken. Und mein Aspekt zu dem Ganzen ist, ich weiß, dass es für manche ziemlich schwierig ist, dass es für manche nicht einfach ist, sich auf die Straße Masse zu stellen, seinen Haupt zu heben und zu sagen, hey, da läuft was schief, weil ziemlich viele haben Angst. Ist doch total legitim, dass man Angst hat vor irgendetwas, denn man ist ja jahrelang der Masse, man hat jahrelang ist man der Masse hinterher gelaufen oder man war Teil dieser Masse und nun hat man diesen Funken gesehen, dieser Funke von Unwahrheit. Der eine oder andere hat sich da mit der Thematik mehr beschäftigt und hat dann herausgefunden, okay, da passt was nicht zusammen. Die Sache ist, wir haben uns meistens so tief auf diese Thematik und auf diese Sache fixiert, dass alles andere um uns herum wie verblasst ist im Sinne von vergessen. Oftmals passiert es, dass genau in dieser Zeit, wo wir uns auf diese ganzen anderen Sachen konzentrieren, ganz andere Sachen, die eigentlich viel, viel wichtiger sind in unserem Leben, verschwinden, können Freunde sein, können aber auch andere Sachen sein. Ich habe auch bemerkt, oftmals, wenn ich am Recherchieren bin, vergesse ich einfach die Zeit. Die Zeit verfliegt, weil man denkt, wow, so nah, ich bin so nah an der Wahrheit und es dauert nicht mehr lang und ich kann sie jedem präsentieren. Die Problematik hier dabei ist aber, jeder möchte gerne diese Wahrheit präsentieren. jeder möchte gerne derjenige sein, der diesen ganzen Schwindel aufdeckt. Ob man dabei jetzt spaltet oder nicht spaltet, das sei mal dahingestellt, aber ich denke, viele haben sich auch in dieser Zeit ja, nicht spalten lassen von anderen, sondern haben sich selber gespalten, weil wie gesagt, wir sind so verschieden, wir sind so individuell, dass jeder es auf eine andere Art und Weise machen möchte und wieder oftmals an Unverständnis herantreten, wenn wir einer anderen Person gegenüber von uns etwas äußern, was vielleicht ihm nicht gefällt. das ist aber auch normal, das liegt in der Natur des Menschen, dass man ja oftmals nicht gern andere Sachen akzeptiert, weil es halt auch in der Natur des Menschen liegt, dass man nicht gern sein Gesicht verliert. manche sagen ja, manche sagen nein, es gibt dort auch verschiedene Aussagen. Ich finde einfach, man sollte so klar wie deutlich das vermitteln, was man vermitteln möchte. Ob es jetzt einem anderen gefällt oder nicht, das ist doch vollkommen egal. Es muss ja dir gefallen, denn schlussendlich, wir wissen ja auch von Anbeginn der Zeit, wenn wir was machen, dann ist es am besten, wenn wir es selber machen, weil dann können wir davon ausgehen, dass es gemacht worden ist und dass es so gemacht worden ist, wie wir das Handwelle machen. Am Anfang manchmal haben Sachen, wo wir machen, für andere komplett gar keinen Sinn. Aber das auch nur, weil wir nicht alle gleich denken. Wir sollten wirklich uns darum mit befassen, das Ganze nicht anzugehen, weil wir vielleicht zu einer Gruppe gehören wollen, die nicht zu der anderen Gruppe gehört. Ich sage dazu zwei Sektionen. Einmal diese Sektion, die dem Bundesrat vertraut und die andere Sektion, die dem nicht vertraut, sind wie zwei Gruppen. Und in jeder von diesen Gruppen gibt es Untergruppen. beim Bersi gibt es die, die tragen diese Masken und nehmen die ganzen Maßnahmen mit voller Stolz. Dann gibt es die, die nehmen sie an, weil sie Angst haben, nicht mehr zu der Masse gehören zu können oder auch aus anderen Gründen. Diese gleichen Gruppen gibt es aber auch in der Gruppe, die die Maßnahmen nicht glaubt oder die die Maßnahmen nicht mögen. wir haben uns sozusagen von einer großen Masse in vier kleinere Massen unterteilt. Das ist aber auch wieder ganz normal, weil nicht jeder mag das Gleiche. Das ist ganz, ganz verständlich. Ich bin auch oftmals mit meinen Äußerungen bei verschiedenen Personen unangenehm aufgefallen. Aber wenn wir wirklich überlegen und mal die Augen schließen und probieren mal nachzudenken, was meint der andere eigentlich? Vielleicht können wir dann ein Stück weit besser verstehen, was genau der andere sagen möchte. Dort gibt es ja auch Unterschiede zwischen Sagen und Reden. Manche Leute reden auch und sagen dabei nichts und manche Leute sagen was, aber reden nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht das ganz ein wenig. Was mir ziemlich viel aufgefallen ist, am Anfang dieser ganzen Pandemie hat es viele Bewegungen gegeben und von diesen Bewegungen sind jetzt noch ganz, ganz wenige da. Genauso wie am Anfang propagiert worden ist. Es hat so viele Ärzte, die sich einsetzen, es hat so viele Anwälte, die sich einsetzen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle keinen Namen nennen, aber ich bin wirklich sehr enttäuscht. Wieso ich enttäuscht bin, fragt ihr euch? Aus dem einen Grund, diese propagierten Anwälte, die sind ja, die sind ja geschult auf dem Recht und die wissen ja genau, was läuft. So haben sie es auch oftmals auf Mahnwachen und Demos propagiert und sich geäußert. Wir wissen, dass da gelogen wird. Wir wissen, dass wir im Recht sind. Warum sind dann diese ganzen Anwälte nicht vorgetreten und haben das auch so hingestellt? Klar, viele haben Angst gehabt, dass sie ihre Lizenz verlieren. Das mag wohl so sein. Aber wenn wir kurz mal einen Fokus setzen und daran denken, genauso wie bei diesen ganzen Ärzten, die propagiert worden sind, die gegen die Maßnahmen sind, warum seid ihr nicht nach vorne getreten? Denn es hat ja viele, viele, viele Leute, die nicht an die Maßnahmen glauben. Und wenn es ja heißt, auch so wie viele propagieren, zusammen und gemeinsam schaffen wir das, dann hätten wir auch das geschafft. Gegenseitig unterstützen, hieß es, immer und immer wieder. Aber ich habe auch hier oft gemerkt, dass es gar nicht so ist. Darum meine Bitte an euch, wenn ihr schon mit solchen Sachen propagiert, dann haltet euch auch dran und beantwortet doch mal die eine und die andere Frage. Und seht nicht mal es gleich so eng als Anfick oder als Spaltung oder als Sonstiges. Denn einer, der sich spalten lässt, der hat schon früher oder vorher mit dem Gedanken gespielt, sich eh von einer Gruppe oder von einer Person zu trennen. Denn wir wissen ja, was Loyalität ist. Und wir wissen ja, was gemeinsam heißt. Wenn wir schon damit propagieren, sollten wir uns im Klaren sein, was das bedeutet. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr teilt den Beitrag. Ihr könnt oben in der Description unseren YouTube-Kanal Links sehen, dort draufklicken, abonnieren, wenn ihr das Ganze möchtet. Würde mich sehr, sehr freuen und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss.